Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch und ich muss mal eben kurz gucken, wen nehme ich denn, Finest, hier? Was fehlt uns noch? Offensive ein bisschen, ne? Dann nehmen wir nochmal McCree. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Yo! Dann machen wir hier nochmal ein bisschen an der Lautstärke vom Mikro. Ich hoffe, jetzt passt das. Wir haben ja jetzt hier von, ähm, Dings auch einen neuen Skin. Ich kann den ja jetzt mal zeigen. Moment. Ging das nochmal? Emote. Ne, ist grün halt, ne? Ist jetzt nicht so ein berauschender Skin, aber wir haben einen Legendary Skin für Roadhog bekommen. Wer das nicht gesehen hat, letzte Folge, einmal gucken. Ähm, läuft, würde ich sagen. Und dann lief die Runde auch noch richtig ultra gut. So, den, den haben wir schon mal eliminiert. Ja, das war jetzt nicht so schlau. Ach, wieder mit dem Geschütz, ey. Das ist nervig. Okay, ihr habt sie nicht anders gewollt. Reicht! Hier kommt mein Schiller auf. So einfach kriegst du mich nicht. Vorsicht, Leute! Dann sein Geschütz! Was hat er nicht erwischt. Oh, sauber. Ja, ich wollte die Ulti ausnutzen, ne? Aber ich glaube, wir brauchen was anderes. Wir brauchen einen Reinhard, wo wir auch einen anderen Skin haben, nämlich einen bläulichen. Der Gerechtigkeit wird genüge getan werden. Weil wir müssen da einfach mit Schutz rein. Weil wir müssen da einfach mit Schutz rein. Woraus! Wir brauchen einen Partner, gerade. Genau. Oh nein, das war unnötig. Das wollte ich gar nicht. Scheiße, habe ich aufgesehen gedrückt. Weil das Ding ist. So kommt man immer relativ schnell. Leute, ey, Leute, Leute, Leute. Ah, warte. Noch ein Wechsel. Wir brauchen Junkrat. Wir brauchen Junkrat's Ulti. Wir müssen da reinfahren. Die stehen fast immer auf einen Haufen. Feindliches Geschütz, voraus. Gegnerisches Geschütz. Jetzt wird's massiv. Hey, oh, du. Das ist nicht so. Hey, come on. Der Grün ist ein feindliches Geschütz. Der Grün ist ein. Da. Der Grün ist ein. Du bist ein. Der Grün ist ein. So. Scheiße. Fuck. Jetzt haben wir trotzdem verloren, obwohl ich am Ende noch so viele gekillt habe eben. Vielleicht wenigstens den... Nein. Scheiße. Ja. Ja, da auch wieder alle außer mich erwischt, glaube ich. Ja. Hä, was? Ich wurde davon noch gar nicht gekriegt. Nicht einmal. Naja. Dann lecken mich halt. So Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr gemeint, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo-Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Ich sag erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge.